Hallo. Hallo. Wir wollen die beiden Männer abholen. Oh, ich fand's eigentlich cool. Und... Ich hoffe, mein Vater auch. Also, natürlich musste er sich manchmal gegen seine Frauen durchsetzen. Vier. An der Zahl. Prost. Es tut mir leid. Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend? Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. Es ist wirklich ein Zeug. Nein, ich habe noch kein Zeug. Ich habe nicht alle Böse an der Böse ansteckend, dass es nicht alle Böse bekannten. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Also, das geht nicht. Ich bin ein Zeug. Ich bin dieses Zeug hier. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020